Simone Veil, VJ geborene Jakob, ist eine französische Politikerin und ehemalige französische Ministerin. Von 1979 bis 1982 war sie Präsidentin des Europäischen Parlamentes. Seit 20. November 2008 ist Simone Veil Mitglied der Académie Française. Leben Simone Veil wurde in Nizza als Tochter des Architekten André Jakob geboren. Im Ersten Weltkrieg verbrachte er mehrere Jahre in Kriegsgefangenschaft. Ihre Mutter Yvonne Steinmetz war Atheistin und gab ihr Chemiestudium auf Bitten ihres Mannes auf, um sich der Familie zu widmen. Die Familie war jüdisch und aus kulturellen Gründen stolz auf das Judentum, jedoch nicht religiös, sondern säkular, republikanisch und patriotisch eingestellt. 1944 wurden Veil und ihre Familie von der Gestapo verhaftet. Sie wurde im Gestapo-Hauptquartier, dem Hotel Excelsior, verhört. Ihr Vater und ihr Bruder Jean wurden nach Litauen deportiert. Beide kamen nicht zurück. Ihre Schwester Denise war bei der Resistas, wurde ins KZ Ravensbrück verschleppt, konnte jedoch überleben. Simone, ihre Mutter und ihre andere Schwester Madeleine, genannt Milou, wurden ins KZ Auschwitz-Birkenau deportiert. Diese Lektion bei der Ankunft in Auschwitz überlebte sie, weil sie vortäuschte, bereits 18 Jahre alt zu sein. Und erhielt die Häftlingsnummer 78.651. Sie überlebten acht Monate im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Im Januar 1945 machten sie zusammen den Todesmarsch von Auschwitz zum KZ Bergen-Belsen durch. Ihre Mutter Yvonne Jakob starb am 15. März 1945 in Bergen-Belsen an der Typhos-Epidemie, die dort grassierte. Kurz danach, am 15. April 1945, wurden Simone und ihre Schwester Milou in Bergen-Belsen von den britischen Streitkräften befreit. Simone Feil studierte am Institut der Tutspolitik de Paris. Die ausgebildete Juristin Feil gehörte von 1974 bis 1979 den Kabinetten Jacques Chirax und Raymond Boris als Gesundheitsministerin an. Sie war nach Germaine Poin-Sochepi die zweite Frau auf einem Ministerposten in Frankreich. In ihrer Funktion als Gesundheitsministerin sorgte sie für einen erleichterten Zugang zu Verhütungsmitteln, Der Verkauf von Verhütungsmitteln wie der Pille war in Frankreich erst 1967 legalisiert worden. Mit ihrem Namen am meisten verbunden ist jedoch ihr harter Kampf für die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs in Frankreich. Nach ihrem Ausscheiden aus der Regierung kandidierte sie für die UDF als Spitzenkandidatin bei den ersten Europawahlen 1979. Das Europäische Parlament wählte Feil zur Präsidentin. Sie war die erste Frau, die dieses Amt innehatte. Aufgrund einer interfraktionellen Absprache legte sie dieses Amt in der Mitte der fünfjährigen Legislaturperiode Anfang 1982 nieder. Die Präsidentschaft im Europäischen Parlament dauert bis heute jeweils zwei und einhalb Jahre. Nachfolger wurde der niederländische Sozialist Piet Dankert. Unter Premierminister Edouard Balladour war sie zwischen 1993 und 1995 Ministerin für Soziales, Gesundheit und Stadtwesen im Range einer Staatsministerin. Feil war von 1998 bis 2007 Mitglied des französischen Verfassungsrats. 2004 sprach Simone Feil anlässlich der Gedenkstunde zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus vor dem Deutschen Bundestag. Ehrungen 2008 wurde Feil zum Mitglied der Académie Française gewählt, die sich der Pflege der französischen Sprache widmet. Im Jahr 1981 wurde Simone Feil mit dem Internationalen Karlspreis der Stadt Aachen für ein demokratisches Europa ausgezeichnet. 2005 erhielt sie den Prinz von Asturien-Preis. In Wiesbaden wurde Mitte der 90er Jahre im Europaviertel eine Straße nach Simone Feil benannt. 2010 wurden ihr der Heinrich-Heine-Preis der Stadt Düsseldorf sowie der Europäische Bürgerrechtspreis der Sinti und Roma verliehen. 2011 der Schillerpreis der Stadt Marbach am Neckar Sonstiges Simone Feil ist mit Antoin Feil verheiratet, mit dem sie drei Söhne hat. Ihr erstes Kind bekam sie mit 19 Jahren. In den 50er Jahren lebte sie mit ihrem Mann, der im Konsulat in Wiesbaden tätig war, eine Zeit lang in Deutschland. Biografien Simone Feil UNEFAM Exzeptionelle Reihe AU-Mikro Heft 12. Langenscheid Berlin 1983 ISBN 3-468-455-755 Simone Feil UNEFAM Stock Paris 2007 ISBN 978-2234-058170 Auszüge Welt-Online-Rezension Simone Feil Und dennoch leben Die Autobiografie der großen Europäerin Aus dem Französischen von Nathalie Melzer-Semlinger Aufbau Verlag Berlin 2009 ISBN 978-3-351-026776 Reden Plenarsaal des Europarates in Straßburg 18. Oktober 2002 Holocaust-Vermittlung im Unterricht des 21. Jahrhunderts Untertitelung im Auftrag des Sorgen des Brück Register